Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornapp. Wir schauen uns jetzt das Business Administration und National Economy oder im deutschen Betriebs- und Volkswirtschaftsskript an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom lieben Mörder Fabian aka Amon und ist als Skript logischerweise nur für PC und Mac verfügbar, ne? So weit, so klar. So, dieses Skript befindet sich momentan, sagen wir mal, in der Early Access. Ja, ich glaube, das trifft es am besten und wird im Laufe des Spiels, gedenke ich, auch mit Feedback von euch zu den Mördern, eine richtig, 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 richtig geile Sache werden. Nun, generell erstmal, wie ruft ihr das Ganze auf? Mit der linken Shift-Taste und dann einmal U. Dann öffnet sich dieses Menü hier. Und da habt ihr wieder vier Unterkategorien an der linken Seite. Allgemein, Lohneinstellungen, Feldpreise und Händlerpreise. Ihr seht schon, bis auf Lohneinstellungen ist hier momentan noch nichts da, weil, wie gesagt, Early Access. Wir können momentan in diesem Menü bzw. in diesem Skriptmod aktuell nur die Lohneinstellungen konfigurieren. Später wird es aber noch möglich sein, allgemeine Einstellungen zu treffen, Felderpreise einzustellen und Händlerpreise einzustellen. Wie sein Name schon sagt, also National Economy bzw. Volkswirtschaft soll dieses Skript direkt ins Spielgeschehen mit eingreifen, ohne laut Mörder dabei das Savegame derart zu stören, dass es bei der Installation zerrissen werden kann. Wir haben jetzt hier standardgemäß nur den Reiter Lohneinstellungen da. Und das ist, denke ich mal, für den einen oder anderen vielleicht schon eine recht nette Sache. Denn hier könnt ihr einstellen, ob es erstmal einen Arbeiterlohn geben soll für KI-Ai-Helfer, wie hoch dieser Lohn ist pro Stunde oder ob ihr den absoluten Lohn weglasst und daraus einen potenzialen Arbeitslohn mit einstellt, in welcher Höhe. Und ihr könnt hier aktuell einstellen, wie der Faktor für die Arbeitszeiten sind, also das Ganze realistischer zu machen. Beispielsweise Faktor für Arbeitszeit A und Arbeitszeit B, sprich für Tag und Nacht könnte man das hier einstellen. Beispielsweise, wenn ich das Ganze aktiviere und sage, der Lohnfaktor soll jetzt zum Beispiel bei 1, in dem Sinne, was ich hier oben eingestellt habe, bei 800, lassen wir hier den Lohnfaktor bei 1,0. Und zwar in der Arbeitszeit von 6 Uhr morgens bis, was weiß ich, 20 Uhr, hallo, dankeschön, bis 20 Uhr abends. So, bestätige ich das Ganze. Das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeiter, sprich einen KI-Helfer einstelle, zwischen 6 und 20 Uhr ist der Lohnfaktor 1,0. Das heißt, der kriegt halt, sofern ich das hier bei 800 stehen lasse, 800 Euro Arbeitslohn pro Stunde. Nun kann ich ja sagen, gut, die Helfer sollen ja auch noch weiterarbeiten. Und damit sage ich halt, okay, von 20 Uhr 1 an bis 6 Uhr morgens kriegen die den Faktor 2,5 oder den Faktor 3 oder whatever. Heißt, am Umkehrschluss wieder, sobald die Helfer dann in den späten Arbeitsstunden arbeiten, bekommen sie einen höheren Lohn, also einen Zuschlag, was ja auch in der richtigen Arbeitswelt ein realistischer Faktor ist. Also 2,5 weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja sowas, Nachzuschläge und sowas. Das könnt ihr dann hier einstellen und das wird dann dementsprechend vom Spiel auch übernommen. Ihr könnt aber einfach nur einstellen, gut, ich will gar keinen Lohn, dass die Helfer mir kein Geld kosten. Oder sie sollen mehr Geld kosten. Das soll mehr abziehen. Oder soll halt weniger abziehen. Whatever. Das ist momentan so die erste Einstellungsmöglichkeiten beziehungsweise das erste Menü. Einfach hier mit der Leertaste hier einmal drücken, dann ist das gute Stück in dem Falle hier auch dementsprechend gespeichert. Ebenfalls manchmal will er es speichern, manchmal will er es nicht speichern. Das ist momentan hier noch so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Ich gebe das Ganze hier nochmal ein. So. Gucken wir mal, was jetzt hier akzeptiert. Willst du dich akzeptieren, ne? Ah doch, jetzt hat er es akzeptiert. Wunderbar. Ja, also jetzt hat er es in dem Fall akzeptiert. Ich glaube, das liegt sogar daran, dass man das Ganze gar nicht so einstellen kann, wie ich es gedacht hatte. Vom Faktor her Stunden und Minuten. Ja, eigentlich müsste es gehen, ne? 6 Uhr bis 20 Uhr. Ja, speichern. Und statt hier auf 20 Uhr machen wir dann hier, also geht von 20 Uhr weiter bis 6 Uhr. Ich glaube, das ist das Richtige in dem Falle. So. Gespeichert. Gehen wir mal raus rein. Jetzt hat er es. Okay, wunderbar. Ne? Also, das libt soweit. Ich muss hier einmal unterdrücken und dann nochmal speichern, dass er es dementsprechend auch drinne hat, ne? Aber soweit, so klar. Hier oben könnt ihr halt den Arbeitslohn einstellen und so weiter und so fort. Später wird es, denke ich mal, noch sein, dass ihr de facto für Feldpreise auf der Karte einstellen könnt und hier Händlerpreise, um die anzupassen oder niedriger oder hardcore realistischer zu machen. Was im Allgemeinen dann noch kommen wird, das wird sich so zeigen. Aber das kann hier was Großes werden. Da bin ich mir relativ sicher. Und für alle die, die sehr viel Wert auf Realismus legen und zum Beispiel hier mit Lohn oder später mit Felderpreisen, Händlerpreisen. Geiles Ding. Wie gesagt, Early Access, momentaner Lohn. Aber ich denke mal, der Florian wird hier weitermachen. Wird seine Zeit dauern. Wie gesagt, wir sind in Woche 3 nach Release. Ja, bitte. Also, von daher. Aber das, denke ich mal, kann für den einen oder anderen Spieler, der mehr in die Details reingehen möchte, was die Wirtschaft und Co. angeht, könnte das eine coole Sache werden. Download-Link inklusive Bewertung. Da habe ich euch mal eine Videobeschreibung gepackt. Das Ganze ist auf GitHub. Ihr wisst, bei GitHub ist das Runterladen manchmal anders. Florian hat bei dem Link ganz gut gemacht. Ihr müsst den ersten Link da unten, wo die Zip da steht, das müsst ihr anklicken, runterladen, Wortordner, fertig. Müsst ihr nichts Neues entpacken und so weiter und so fort. Der Link wird immer aktuell sein. Sofern es da neue Updates gibt in diesen anderen Bereichen, machen wir natürlich nochmal eine neue Vorstellung, ist klar. Und dann sehen wir mal weiter. In dem Sinne, ich hoffe, dass der Mod macht euch erstmal Spaß. Und ich bin gespannt, was dann noch alles so auf uns zukommen wird bei dieser Mod. Gut, in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, Hau da ranne. Tschüssi, Sikowski. Tschüssi.